Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ein neues Jahr, ein neues Fahrzeug. Und das stelle ich euch jetzt vor. Ich habe mir eine Piato Zipp gekauft. Mal einen Rundumblick. Ja, im besten Zustand ist sie nicht. Was habe ich mir der Zipp vor? Also, naja, erstmal komplett umbauen. Verkleidung kommt weg. Es kommt eine neue drauf, neu lackiert, neue Sitzbank, neue Innenraum. Es wird alles, Grund, alles erneuert. Sie wird komplett auseinandergebaut, dass nur noch der nackte Rahmen zu sehen ist. Als erstes fangen wir an, indem wir die Stoßdämpfer neu lackieren. Das ist schon im perfekten Zustand. Kein Roche, kein gar nichts. Die werden schwarz gemacht. Die Felgen weiß ich noch nicht. Und jetzt zu was Schönem. Guck mal auf die andere Seite. Ihr seht, diese Zipp, alle Zipp 2, haben Scheibenbremsen vorne. Die werde ich neu machen. Eigentlich ist das sehr gut noch. Bremst auch gut, aber ich würde mich gerne mal mit der ganzen Thematik beschäftigen. Darum neu. So, weiter. Jetzt befinden wir uns am Motor, der Zipp. Ein, seht ihr das? Kann man richtig reingreifen. Ja, da haben sich die Vorbesitzer was Lustiges dabei gedacht. Vollidiotens sage ich dazu nur, aber egal. Es ist ein Hyper 2 Kurzblock. Sehr geil. Innen gelagert. Und, wie sind wir da hoch? Da ist ein Dell Auto 10er Vergaser oder 12er. Ich konnte es noch nicht ausfindig machen. Wird aber eh gewechselt. Der Reifen ist bei der alten Zipp gerade mal so. Bei der neuen Zipp hat er 120 Kammelt. So, und das ändert sich bei der neuen Zipp. 120, 70 Kammelt. Aber es bleiben 10 Zoll fehlend. Hinten, vorne 10 Zoll. So, Auspuff. Was für eine Tröte bei einem Zweitakter. Ja, das ist ein luftgekühlter. Ihr seht es hier. Ein luftgekühlter. Wieder zurück. Zweitaktmotor. Und jetzt schaut euch das mal an. Viel schöner gelöst als bei der alten Zipp. Ja. Das ist der E-Starter. Abländlicht. Normales Licht. Blinker. Sehr viel geiler. Als bei der... Also... Das Ganze ist viel besser gelöst als bei der alten Zipp, finde ich. Und so sieht das Cockpit aus. Ehrlich gesagt nicht wirklich berauschend und schön, aber... Naja. So, und jetzt kommen wir mal zum Gesicht der Zipp. Ja. Die Zipp 1 finde ich persönlich kultiger, schöner, aber ich wollte was Moderneres, was Neueres. Mit Scheiben und so weiter. Also Scheibenbremsen und so weiter. Ihr seht ja, die ist schon in einem richtig, richtig schlechten Zustand. Aber mit viel Arbeit, einiges an Geld und an Spaß wird sie wieder fit gemacht. Der Zustand ist auch dementsprechend nicht wirklich gut. Die wird vom Sattler neu gesattelt. Ich habe mir da schon was ausgedacht, aber zeigen werde ich es euch, wenn es dann soweit ist. Und jetzt kommen wir mal zum Heck. Das Heck fehlt bereits der Rattenschwanz. So wie ich es mir anschaue, es sieht echt geil aus ohne Rattenschwanz, aber ich glaube, ich werde wieder einen dran bauen. Hier schwarz, vorne ebenfalls schwarz, hier auch schwarz, aber in einem so gammeligen Zustand, dass das ebenfalls alles rausfliegt und erneuert wird. Und, das Schöne ist, ich habe es vor, alles mit LED zu bauen. Kommen wir mal. LED-Rücklicht. Hier möchte ich ein LED-Vorderlicht reinbauen. Gibt es schon fertig zu kaufen. Plug and Play hoffe ich. Und hier gibt es auch mit LED in schwarz, die will ich mir auch zulegen. So, zur Farbe weiß ich, kann ich noch nicht sagen, in was für eine Farbe die Verkleidung gemacht wird. Aber ich werde die Verkleidung auf jeden Fall ändern. Ich möchte eine ZIP SP Verkleidung haben. Da ist hier das nicht mehr. Und hier sind schöne Schlitze für die Wasserkühlung. Ist nicht wassergekühlt. Das ist ein AC. Aber die Verkleidung wird dann passend für LC sein. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Es wird recht dunkel. Naja, so ist es halt im Winter. Ich wollte euch jetzt ein bisschen was über die ZIP 2 erzählen. Das ist eine Zweitaktor-ZIP. Baujahr 2003 oder 2004. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist serienmäßig. Das habe ich aber auch schon bereits gesagt. Warum habe ich mich für eine Piaggio ZIP entschieden. Das mache ich darüber in einem extra Video. Aber eins der Gründe. Diese ZIP hat einen 7,3 Liter Tank. Das ist für mich sehr viel wert. Was mich ein bisschen an der ZIP stört, dass sie weiterhin nur 10 Zoll Reifen hat. Aber ich habe da was vor. Und darum sind die 10 Zoll Alternative für mich besser. Was mir persönlich sehr gefällt. Obwohl es standardfähig sind. Sind sie schön. Schöner als bei der ZIP 1. Meine hat ja wie gesagt einen Zweitakter-Motor. Die gibt es natürlich auch als Viertakter. Ich habe mich bewusst für Zweitakt entschieden. Ich wollte nicht auf Abenteuer gehen. Vielleicht passt der Viertakter-Kabelbaum nicht mit dem neuen Motor, den ich verbauen will. Jetzt kommt natürlich auch die Frage. Was für ein Motor ist verbaut? Das habe ich schon gesagt. Das ist ein Hyper 2 Motor. 50 Kubik. Hat Papiere für 25. Und ja. Leider nicht mehr für 50er, sondern nur noch für 45er. Ist halt leider so bei den neueren Fahrzeugen, dass es nicht mehr die 50er Zulassung gibt. Gesamtoptik über den Roller brauchen wir nicht zu reden. Ist eine Katastrophe. Motor startet nicht. Variomatik fehlt. Kupplung ist vorhanden. Somit, wenn keine Variomatik und mögliche verbaut ist, kann man natürlich auch nicht nachtreten. Was wird mit dem Motor passieren? Keine Ahnung. Vielleicht aufbereiten würde ich erstmal sagen. Schauen, ob er überhaupt noch zu retten ist. Ich denke ja. Auf jeden Fall ist er zu retten. Weggeworfen wird bei mir gar nichts. Im Notfall wird es verschenkt, an jemanden weitergegeben oder einfach nur verkauft, wenn ich damit nichts anfangen kann. Aber ein 50er Motor ist eigentlich immer praktisch. Vielleicht kommt er auch wieder zum Einsatz. So, Fakten über die ZIP 2. Gibt es noch irgendwelche Fakten über die ZIP 2? Die ZIP 2 hat fast den gleichen Rahmen wie die ZIP 1. Ganz genau den Rahmen anschauen werden wir uns, wenn ich es zerlegt habe. Das kommt natürlich in dem nächsten Video. Ich habe in dem vorherigen Video gesagt, dass ich erstmal kein neues Projekt starte. Und das war mein volles Ernst. Ich habe mir allerdings schon mal die ZIP gekauft, weil sie sehr, sehr günstig war. Und Papiere hat. Und naja, sie ist blau. Ich mag blaue Fahrzeuge. Nein, Spaß. Ist ein gutes Basik, um aufzubauen und umzubauen, was ich will. Das Projekt wird aber lange, lange, es wird ein Langzeitprojekt. Das wird umsummen an Geld kosten, das Projekt. Und an viel Arbeit, alleine an Lackarbeiten, werde ich da mindestens 4, 5 Tage reinstecken müssen. Einiges werde ich auch machen lassen, wie zum Beispiel Felgen, überlege ich pulvern zu lassen. Ja. Zurück zum Thema. Und zwar möchte ich das Fahrzeug jetzt schon mal vorstellen, aber loslegen werde ich nach und nach. Auch schon mal auseinander bauen, den Motor fit machen, dass die ZIP fahrbar ist. Aber optisch und so wird alles nach und nach gemacht. Wir fangen an, in den nächsten paar Videos erstmal natürlich mit Reifen, ähm, Bremsen, ja. Also erstmal auseinander bauen und dann kommen die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann, wenn alles tuttisch, mit einem Neuaufbau, Verkleidung neu bestellen. Die Innenraum wird komplett erneuert. Die wird nicht lackiert oder so, sondern die wird komplett erneuert. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das ist Teil 1 und es werden noch einige Folgen kommen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ich hoffe, es ist auch nicht zu dunkel und die Videos sind brauchbar. Von daher, bleibt dran und endlich mal ein richtiges Schrauberprojekt von mir. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.